Hey Leute, willkommen zurück zu Saal Till 2. Im Gefängnis Toluca geht's weiter. Oh mein Gott, ihr habt's vielleicht letztes Mal noch gesehen. So die letzte Sekunde hat mich wirklich eine Krankenschwester hier angefallen. Und ich weiß nicht, ob die jetzt noch hier draußen rumrennt, aber ich hab das Spiel ja geladen. Vielleicht ist sie weg mittlerweile. So, wir haben noch ein Gewicht und können jetzt hier unten weitermachen im Hof. Und eine neue Tür freischalten. Lass mal ganz kurz schauen. Wir waren jetzt... Äh, ja, da. Ja, wir waren jetzt bei der Schl... Nein, beim Eber waren wir und beim Rindviech, ne? Beim hornlosen Ochsen. Ne, warte mal, wir waren bei der Taube. Nein, Quatsch. Wo waren wir denn jetzt? Bei der Schlange, ne? Und beim... beim Rindviech. So, wir sind die Schlange da oben rein. Also hier. Und da sind wir dann hier wieder raus. Beim Waffenschrank und dann sind wir hier beim Rindviech reingegangen. Holy Shit, ey. Hier ist alles voller Gegner. Oh mein Gott. Ich weiß... Oh nein, da rennt irgendwas rum. So, weißt du was? Ich renne jetzt hier unten raus. Das Schlimme ist ja, das ist eine Ebene hier. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt beeile, kriegen sie mich nicht. Einfach durch. Komm, einfach durch. Nicht groß aufhalten lassen. Wir laufen einfach durch. Zack. Zack. Passt schon. Oh mein Gott. So, das schwere Gewicht. Was wollen wir jetzt machen? Wir waren, wie gesagt, bei der Schlange. Wir gucken mal, ob ich den Eber jetzt kriege. Hallo? Nein, nein. So. Ah, wir haben den Eber. Sehr gut. Der ist oben. Also jetzt nach rechts. Oh mein Gott. Ist das krass hier. Das Gefängnis. Das gefällt mir so gut. Ich habe schon gedacht, das Krankenhaus ist mein Highlight. Aber der Knast, der ist ja nochmal genauso geil. Komm, bloß ab, ne? Na komm. Oh shit. Komm, spring mich an oder so. Keine Lust. Ist aber schade. Okay, wir sind im Eber-Bereich. Ah. Daneben drin im Lagerraum. Gut. Was, wieso, weshalb. Ah shit. Ah. Ihr Arschgesichter allesamt. Von allen Seiten kommen sie. Aber ich lieb's. Oh, ich liebe dieses Spiel so sehr. Will ich, dass es aufhört. Wird's auch nicht, Leute. Ich habe nämlich mal nachgeschaut, so spaßeshalber. Oha, guck mal, was da drin ist. Es gibt nämlich die alten Endings, die man so kennt aus dem Original. Und zwei neue Endings. Und die sind zum Großteil alle im New Game Plus erreichbar. Deswegen, ich werde es wohl noch sehr oft durchspielen. Morgentlicher Rundgang. Vorfall in der Krankenstation. Also Sonntag übrigens. Die 183 hat das medizinische Personal angegriffen und versucht, Medikamente zu stehlen. Die Situation ist unter Kontrolle. Mittagsrundgang. Es gibt Gerüchte, dass sich Krankheiten unter den Gefangenen ausbreiten. Ich habe sie an die Verwaltung gemeldet. Nachmittagsrundgang. E31 hatte einen Hustenanfall. Er meldet sich beim medizinischen Personal. Abendrundgang. Okay. Irgendwie ist ja abends nie was passiert, hä? Oh, kann das bitte unendlich weitergehen, das Spiel? Ich will nicht, dass es endet. Von mir aus kann James sein Leben lang noch hier in dieser Welt leiden. So ein bisschen. Auch wenn es gemein ist. Aber ja, es ist schon geil, ne? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass da irgendwas durchgreift. Keine Ahnung. Es gibt Oller hier, ne? Ach du Scheißvieh. Oh, fühlt ihr es? Fühlt ihr es? Ich fühle alles. Wie er sich total reinhängt und drauf tritt, als gäbe es kein Morgen. Geil. Ein Polaroid? Ein alter Mann ist immer vorbereitet. 23. Aber wie gesagt, das ist nicht die Anzahl der Polaroid, die es insgesamt gibt, oder? Ach guck mal, da hätte ich ja hier... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ja, dann hätte ich jetzt schon elf verpasst, wenn es 23 gibt. Aber ich meine, auch die Zahl wäre doppelt gewesen, die ich schon mal hinten gesehen habe. Die 14, meine ich, war doppelt. Aber keine Ahnung. Mal sehen. Ich glaube, das sind wirklich nur Achievements, die Polaroids. Aber mal gucken. Ich will auf jeden Fall alle Endings sehen. Jeder bestimmt auch, oder? Schreibt mir das gerne mal in die Comments. Hallo? Geht das auf, oder nicht? Ne. Wer furzt? Lass das Radio jetzt übrigens mal aus. Ich finde das viel spannender, wenn kein Radio an ist, oder? Da geht's durch, ne? Doch. Bleib doch mal! Ja, besser hätte ich jetzt nicht laufen können, ne? Da ist gar nichts drauf zu sehen. Auf der Rückseite. Die Wachen halten uns für Lenkapparat... Ne, was? Für Lebra-Kranke. Lenkapparat. Ha! Die Wachen halten uns für Lebra-Kranke. Keine Ahnung warum, aber sie bleiben weg. Gut so. Guna wahr. Ich habe schon viel Schrot mittlerweile. Aber ich will erstmal die Pistole weiter benutzen hier, weil die Gegner sind nicht gerade schlimm. Das ist ein Käfer wieder. Guck mal, ohne das Radio ist das alles nicht so schlimm. Weil die haben so viel Krach gemacht, diese blöden Käfer. Und jetzt? Ah, dieses Gehämmer ist schlimm. Ja, ja. Oh, rein, James. Da vorne ist die Krankenschwester. Die Damen-Toilette. Oh, nein. Warte, ich bin ganz schön reingeschissen hier. Oh Gott. Was zur Hölle? Lady. Wenn sie Klopapier brauchen, offensichtlich sagen sie Bescheid. Alter. Ganz fiese Nummer, das. Alle Zoo ist irgendwie verdächtig, oder? Das finde ich ein bisschen sehr verdächtig. Reap what you saw, du wirst ernten, was du siehst. Oh, da brauche ich wieder was. Ernte, was du gesehen hast. Ja. Er hat sich eingeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Keiner der Oberwärter hat einen Ersatz, aber ich weiß, es gibt einen. Er ist wegen der Krankheit völlig durchgedreht. Mal sehen, ob die Oberschwester einen hat. Er denkt, dass er da oben sicher ist. Er wird bekommen, was er verdient. Ja, okay, was hast du dir jetzt markiert? Oh, shit. Ah. Jetzt haben wir ja noch. Was hat er sich denn jetzt markiert, bitte? Irgendwas mit der Oberschwester vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ach, da guckt er hin. Ah, guck mal, das mit dem Hufeisen und dem Wachs. Bleibt die denn, oder bleibt die davon jetzt drum stehen? Scheiße. 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 Verrückt. So, uns reicht's. Die sind eindeutig sicherer mit der Schrotflinte. Bezüglich des Berichts über die medizinische Notfalluntersuchungen. Die Schlussfolgerungen, die im Bereich präsentiert werden, sind falsch. Die Gefangenen sind krank. Die Untersuchungen sind so lange zu wiederholen, bis ihr Zustand diagnostiziert ist. Bei Bedarf sind invasivere Methoden anzuwenden. Wir müssen die wahre Natur dieses Leidens verstehen. Alles andere ist zweitrangig. Okay. Na ja, immerhin kümmern sie sich um die Gefangenen. Aus. Aus die Maust. Okay. Krankenstation. Ach, da soll er sich markiert. Das Fragezeichen, ja. Oh Gott, da sind ein paar Schwestern drin. Oh Gott, da sind ein paar Schwestern drin. Oh Gott, da sind ein paar Schwestern drin. Ich wollte eigentlich eine Spritze nehmen, aber egal. Jetzt habe ich mich doppengeheilt mal wieder. Ja, man sieht es ja, so eine Spritze ist das Äquivalent zu drei Fläschchen. Oder halt, wenn man leicht verletzt ist, reicht ein Fläschchen. Aber, wenn man hier... Die neuen Verhaltensregeln gültig ab sofort. Erstens. Die Wachen müssen jederzeit Abstand zu den Gefangenen halten. Zweitens. Jeder Versuch der Gefangenen sich den Wachen zu nähern, wird mit sofortigen disziplinarischen Maßnahmen geahndet. Drittens. Die Gefangenen werden bis auf weiteres in ihren Zellen festgehalten. Jetzt ist er immer noch in diesem Lockdown. Hau nochmal drauf jetzt, James. Danke. Ja, ich muss auch mit dem Schrot wieder so ein bisschen langsamer machen. Aber geht noch, ne? Ich bin mittlerweile schon ziemlich abgehärtet, was das angeht mit den Gegnern. Ich weiß, wie ich mit denen umzugehen habe. Sagen wir es mal so. Weil ich's kann, weil ich's kann. Und weil's Spaß macht. Ah, ist das befriedigend. Diese scheiß Scheiben einzuschlagen. Aber das ist Sicherheitsglas leider. Mehr Munition. Oh, noch mehr. Danke. Und? Drei. Yes. Ein Schlüssel. Ah, der Schlüssel zum Obergeschoss. Wiederholung des Untersuchungsberichts. Schlussfolgerungen. Keiner der untersuchten Gefangenen zeigt klinische Anzeichen oder Symptome einer lebensbedrohlichen, ansteckenden oder sonstigen Krankheit. Die empfohlenen Belastungstests wurden ebenfalls durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gemäß den Vorgaben des Aufsehers direkt an ihn weitergeleitet. Warum tun wir das? Ich bin echt gespannt. Also ich würd, ich glaub nicht, dass man's unbedingt jetzt rauskriegen muss, was hier geschehen ist. Aber ich würd's wirklich gerne wissen. Vielleicht findet man noch ein paar Dokumente dazu. Machst du wieder einen auf Kawaii? Aha. X-Bein-Kawaii. Also die, hab ich ja schon gesagt, wenn man so die Füße nach innen stellt, dann kriegt man ja automatisch so X-Beine. Und das ist voll Kawaii. Habt ihr gewusst? Ja. Hallo? Ja. Achso. Das Aufziehen. Habayi das ane. Ah, ich bin in dem... Warte mal, jetzt bin ich ja wieder ganz am Anfang, oder? Wo ich ursprünglich reingekommen bin. Oh nein. Wo kommst du denn her? Geschissenes Kackpie. So, jetzt bin ich wieder da oben. Wo die ganze Bande auf mich eingestürmt ist. Aber ewig ist gerade jemand hier. Warte mal, ne, ist gar nicht, ist noch im... Ach, das ist das Büro. Alles klar. Cool. Alter. Da geht direkt das Grauen ab hier. Was war denn da? Den Krankenkonten, 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 Krankenkonten... Ich glaube, das fällt jetzt nicht zu Lasten, wenn wir oft speichern, irgendwie zum Spiel. Was? Kranken, kranken. Das ist sick? Habe ich gar nicht geschrieben. Okay. Er hat es automatisch geschrieben. Sick. Funk. Letzte Gewicht, ne? Das letzte Gewicht. Und das letzte fehlt, glaube ich, so noch die Taube im Keller. Geht er denn hin? Ist da irgendwas? Ne. Oh Gott. Hier ist er wieder. Warum ist er zu? Ach, warte mal. Das war ja die Stiertür, ne? Hallo, kannst du mal? Boah, wie soll ich denn mal rumrennen? Die Spinnen. Wenn man es so nennen will. Mein Gott. So. Die Taube. Oh. Nein. Yes. So, auf in den Keller, ne? Lügellose Taube. Oh je, oh je, oh je. Ah. Oh. Alter. Okay. Okay, 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 okay. Oh. Schön. Der letzte Bereich. Ich freue mich nicht. Aber ich wünschte echt, es wird länger gehen. Aber offensichtlich. Vielleicht der oder der nächste Part noch ein bisschen. Dann ist es vorbei. Oh. Okay. What's with the head? Cool. Cool, cool, cool. Sieht ja echt altbacken aus hier, oder? Oh, was ist das denn? Liegende Frau. Wunderschön, ja. Wunderschön gemalt. Okay. 436 Zuschauer bei einem Konzert. Ich wette, das sind keine 436 brennender Mann. Das sieht als einziges ein bisschen künstlerisch wertvoll aus. Die anderen sind so ein bisschen, naja. Liegende Frau, brennender Mann und 436 beim Konzert. Muss ich mir das merken? Mal sehen. Ist das immer ein Stacheln? Oh. Ich wusste, ich habe noch eine Zelle nicht durchsucht. Heilige Scheiße. Da liegt noch ein Gewicht. Aber ich habe doch schon alle. Alter, ist das bedrückend. Komm, du kannst dich nicht mal auf den Boden richtig stellen, weil überall Stacheln sind. Stell dir mal vor, du bist hier barfuß. Du kannst überhaupt nicht schlafen. Theoretisch. Ohne Matratze. Das ist einfach nur eine richtige Marta hier. Aha, in der F6 ist was, auf jeden Fall. Vielleicht brauche ich ja alle Gewichte, wer weiß. Oh. Hier, da mal. Komm. Aha, das ist ein Leiter. Ich wollte gerade sagen, wetten, das eine geht jetzt nicht auf. Die eine Zelle, natürlich nicht. Ja, gut. Das sind aber offene Zellen, ganz schön große offene Zellen hier. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie diese unsichtbaren Gefangenen nicht reingebracht haben. Wisst ihr noch aus dem Original? Da gab es diese unsichtbaren Gefangenen, auf die konntest du schießen und die haben auch geschrien. Und die waren ganz anders als alles andere, was man so gesehen hat. So, aber die waren auch ein bisschen unheimlich. Deswegen habe ich die gerne abgeknallt, muss ich sagen. Ich freue mich gerade, aus welcher Öffnung eigentlich die Stimme kommt, dieses Vielleicht will ich es gar nicht so genau wissen. Naja, eigentlich, nee, nee, vielleicht, nein, okay, vergiss es. Oh, shit. Die shit ist übersaftet. So, pfff. Geil, ich lieb's. Wird gerne mal wissen, wie sie das Sounddesign so gemacht haben. Oh, ich weiß schon genau, was passiert. Ich mache hier alle Türen auf. Die ganzen Bücher. Und plötzlich ist alles voller Monster wieder, voller Spinnen und so weiter. Okay, guck mal. Oh. Was? Okay, danke. Bye. 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 Aufgrund der jüngsten Gewalttätigkeiten zwischen den Insassen wurde der Gefangene D239 in Einzelhafte Zelle F6 verlegt. Okay. Ist das wichtig? Ja. Aha. F6 und F10. Wir haben jetzt aber nur F5 und F6. Achso, das waren die beiden, ja, die Gummizellen quasi. Aber was ist mit den anderen? Oh, okay. F5, is das creepy. Hier ist halt einfach mal auch nichts drin, ne? Oh, nein. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich konnte nicht zulassen, dass sie dich mitnehmen. Und jetzt bist du... Du bist immer noch dort, oder? Holy shit. Meine Lampen. Oh-ho-ho-ho. Oh. Okay, was auch immer. Wie komme ich jetzt hier raus? Ist die Tür jetzt vielleicht auch von dieser Zelle hier vorne? Ah, warte, ich seh's doch. Okay. Okay. Oh, das ist safe. Okay, ganz kurz. So, Pickelpause vorbei, Kinder. Alter, guck ich mal. Oh mein Gott. Das ist mit der Lampe hier. Okay. Die Schalter gehen, glaube ich, nicht mehr. Habt ihr gerade die ganzen Leichen gesehen hier? Guckt's euch mal an. Die hab ich alle gekillt. Denk ich zumindest. Was ist mit der Lampe hier los? Okay, wir haben auf jeden Fall alle Gewichte jetzt. Und. Oh mein Gott. Es gibt aber keine Decke hier. Seht mal, da ist riesiger Innenhof. Man kann sogar den Turm sehen. Krasser Scheiß. Muss ich jetzt das absolute Gleichgewicht herstellen, oder was? Nee. Jo. Alter, was? Ein Galgenhebel. Schade. Ich dachte jetzt. Krieg mir neue Nahkampfwaffe. Ein Hebel, der den Galgen im Gefängnis Toluca bedient. okay das gruselig ich wollte mich nicht egal war wohl nicht ganz voll so lesen wir mal ich will keine gnade meine tat ist bekannt ihr wisst es ist wahr ich legte den brand die nonnen sie quikten die kinder daneben niemand von ihnen entkam mit dem leben also eins verdienst dann wohl der will keine gnade ich stahl an eines anderen brot brach das siebende gebot nein ich bin kein gottesmann mein grund der geht dich gar nichts an also ich glaube zwei hat es nicht verdient weil ganz ehrlich wenn du essen stiehlst dann machst du das nicht aus gier oder so sondern hat wunderbar überleben willst recht habt ihr ich nahm das kind floh mit ihr schnell wieder wind sie schrie nicht und sie weinte nicht denn ich war ihr vater ein vertrautes gesicht okay vielleicht wollte der einfach nur sein kind zurück von wem auch immer ich kann das verstehen ich würde es genauso tun die sonne küsst den horizont ich zerschneid den zaun gekonnt auf die tür und schneller rein deine schätze sind nun mein er hat geklaut mutter liebste mutter mein deine liebe war so rein warum mein sohn sagtest du nur als mein messer endlich fuhr okay also ich würde sagen 1 und 5 haben es definitiv verdient bisher also 4 5 ist ein mörder ich wartete ich ließ mir zeit mein herz voll zorn und bitterkeit der mann erschien er sah mich nicht er bekam was er verdiente der elende wicht ok 1 5 und 6 würde ich sagen verdien ich hätte jetzt irgendeinen ziehen müssen und ich war wahrscheinlich runter gefallen ach ach du scheiße wo sind wir denn jetzt ich habe keine karte es war glaube ich egal wir hätten irgendeinen galgen ziehen müssen und werden runtergefallen ja ganz endlich brandstiftung und dabei wahrscheinlich so ein ja so ein waisenhaus niederbrennen mit ganz vielen nonnen und kindern darin das geht mal gar nicht deswegen war das für mich das abscheulichste verbrechen von allen jetzt hier weil brandstiftung ist halt immer schlimm ok dass du gerade ihre füße ok jetzt schon wieder runter da kommen wir springen worauf wartest du denn oh gott dieses gefühl ne wenn ich das schon in spielen sehe wie das jemand macht dann zieht sich mir alles zusammen ich glaube in echt ist das tausendmal schlimmer wobei ich gerne mal bungee jumpen würde aber ich glaube ich bin zu dick dafür ich weiß nicht 130 kilo ist wahrscheinlich zu viel ne und nochmal aber ich könnte das nicht das wird mich einsaugen der abgrund euch und auf 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 Oh, ist das ekelhaft. Was schleift er da? Ich krieg wahrscheinlich jetzt eh nen Auto-Safe, oder? Nee. Na komm. Fallschauen. Oh, kacke. Äh. ASMR, oder was? Ich hab übrigens letztes Mal ASMR gehört, das hat mir richtig gefallen. Ausnahmsweise mal, da war ne Frau. Die hat so ganz viele Knöpfe, so Holzknöpfe in ne Schüssel mit Wasser und hat das dann mit so einem Holzlöffel umgerührt. Das fand ich sehr geil. Hat sich angehört wie so ein... Ja, und das so geplätschert daneben. Also ich liebe ja Regengeräusche, aber das fand ich toll übrigens. Wollte ich immer sagen. Falls euch interessiert. Hier krieg ich nen Auto-Safe. Okay, sehr blutig. Die Leiche eines Mannes später identifiziert als Thomas Oro. Holzfäller, Alter 39. wurde, äh, äh, auf, äh, liegend entdeckt. Die wahrscheinliche Todesursache waren mehrere Stichwunden mit einer scharfen Waffe auf der Halsvorderseite und der linken Körperseite. Der geschätzte Todeszeitpunkt des... Oder der geschätzte Zeitpunkt des Todes liegt zwischen 23 Uhr und 1 Uhr 30. Aufgrund der Kampfspuren im Raum und des fehlenden Tatwerkzeugs betrachtet die Polizei den Vorfall als Mord und hat eine Morduntersuchung eingeleitet. Angesichts der Tatsache, dass Bargeld im Zimmer unberührt und Mr. Oro betrunken und gewalttätig war, vermutet die Polizei nicht Raub, also Verbrechen aus Leidenschaft. Ja, also es waren Verbrechen aus Leidenschaft und kein Raubüberfall mit Todesursache oder Todesfolge. Oh nein, Angela. Die arme Angela. Ist ihr das proben? Hört sich ein bisschen an wie Feuer. Guck mal, die Wohnung hier, die kommt mir auch bekannt vor. Müssen wir die Woodside Apartments oder so? Urum. Yes. Drei. Nimm die Suppe mit. Die Suppendose. Da steht da. Absodien. Ne. Apisodien. Ghoul. Last Sonata. Die letzte Sonate. Song und Falls. Okay. Oder Fails. Egal. Auf jeden Fall ziemlich so Teenager mäßig das Zimmer schonmal, ne? Angela. I'll be good, I promise. Tell him I'll be good, please. Angela? Angela, it's me. No. Please. Daddy. Alter. Alter. Holy shit Goh! Okay, Daddy! Ich glaub... Ich glaub, Daddy ist tot. Holy shit. Was ist das für ein Fieber, hey? Der hat die ganze Wohnung zulegt. Ich glaub, hier ist aber sonst nichts mehr. Aber so geil von der Darstellung wieder mal, die Viecher, ne? Im Original sahen die nicht so schlimm aus. Oh, Angela! Oh nein, ihr habt jetzt schon so ein bisschen mitgekriegt, was mit ihr los ist, oder? Die arme Angela. Ja, ein Vater, der sie wohl misshandelt hatte. Tut mir echt leid, wie gesagt. Oh, fuck! Kommt da noch einer! Noch so'n Daddy! Quartiert ist ganz schön gruselig. Gut, dass er mich nicht erwischt hat. Warte doch mal! Ich tu dir doch nix! Gehst du noch hier hin? Boah! Auf geht's! Auf geht's! Tut mir jetzt! Wir kommen jetzt! Alter. Holy shit. Oh, ich seh nichts. Daddy, wo bist du? Hä? Bin ich ihm entkommen jetzt? Dachte ich immer sie platt machen vielleicht. Ist er hier? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Holy shit. Kann ich den überhaupt erledigen? Was ist überhaupt... Soll ich meinen ganzen Schuss verschwenden? Ich weiß es nicht. Ist mir egal, ich ballere rein was geht. Oh. Dumpes Dreckschwein. Ah. Ich mag Angela. Ich mag Angela. Halt dein Maul. Du tust dir nicht mehr weh. Ich sag's dir. Was ist das denn? Was ist das denn? Heilige Scheiße, man. Oh god. Holy crap. Oh. Jetzt wirkt sie so ein Freddy Krueger Albtraum hier. Alter. Hoffentlich hat sie ihn abgestochen. Alter. Wie das aussieht. Wie das aussieht. Oh mein Gott. Ist das krass. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. Oh. Is das voud den? Oh. Was ist das? Äh wie du hast? Um, wie die Hauptsgericht hat dich. Oh, ist er endlich tot, die Sau. Du dumme Sau. Sehr gut, zeig's ihm. Nein, lass sie. Lass sie. Es ist okay, es ist over. Don't even try. Try what? Like you don't know. I see what you're doing. It's always the same with you. You're only after one thing. Angela, please. You don't have to lie. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like he always did. You disgusting pig. I hate you. I hate you. Angela, I don't know who you think I am, but I don't want to hurt you. I just want to get my Mary back. You're Mary. Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. No. I need to find my mama. I never... Oder doch? Ja. Ganz schlimme Sache hier mit Angela, finde ich. Ja, es ist vielleicht ein bisschen überzogen, wie sie ihm gegenüber reagiert, aber James ist ja nicht ohne Grund in dieser Hölle, ne? Sagen wir es mal so. Oder er könnte nicht ohne Grund sein. Wie gesagt, es gibt auch verschiedene Endings, das wisst ihr ja. Und das hier ist übrigens ein ganz schlimmes Bild, wenn man sich das so anguckt. Guckt euch das nochmal an. Eine Person liegt auf einer anderen Person auf einem Bett. Da könnt ihr euch vielleicht ja auch denken, was ihr Vater, ne? Egal, ich lasse das jetzt mal. Leute, das war es für den Part. Wir hatten ein Autosave, das ist gut. Ich hoffe, euch gefällt's. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder zu Silent Hill. Liked das Video gerne. Dankeschön, auf Wiedersehen. Das Video Vielen Dank.